Hallo, ich bin's wieder eure Jasmin von Covid19 Jazz und ihr seht, ich bin nicht ganz so fit, weil mich hat es jetzt auch irgendwie erwischt. Ich weiß nicht, ob es Corona ist. Testungen sind ja nicht so leicht zu kriegen, wenn man nicht nachweisen kann, mit wem man da zu tun hatte. Und gut, jedenfalls seht ihr, ich habe jetzt auch die Brille auf, weil die Kontaktlinsen jetzt stören und ich habe total den Durchblick. Seht ihr, wie blind ich bin? Leute, die sich mit Brillen auskennen, werden jetzt sehen, wie stark die ist. Ich kenne noch einen, der hat den totalen Durchblick aus der Überleitung. Er ist Bassist und er ist Pfarrer. Es ist Markus Eichler und wenn einer den Durchblick hat, dann er in allem. Und wenn ich mich noch mal trauen lasse, kirchlich, weil Christoph und ich sind ja nur standesamtlich verheiratet, dann. Von Markus. Und er ist ein toller Mensch, ein toller Bassist und ein toller Pfarrer. Und ich freue mich, dass er heute hier dabei ist mit diesem schönen Klassiker. Du darfst direkt anfangen zu solieren, mein Freud. Ich sehe das eigentlich alles da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Just the two of us, we can make it if we try Just the two of us, just the two of us Just the two of us, we're building castles in the sky Just the two of us, you and I Ich mach noch ein We look for love, no time for tea So wasted water's all that is And it don't make no flowers grow Good things might come to those who wait Not for those who wait too late And we gotta go for all we know Do we slide? Just the two of us, yes And we'll see you next time I hear the crystal raindrops fall On the window down the hall And it becomes the morning dew And darling, when the morning comes And I see the morning sun I wanna be the one with you Just the two of us Oh, ich bin echt ein bisschen Can make it if we try Just the two of us Just the two of us Just the two of us Building castles in the sky Just the two of us You and I My close Come on Yes So und jetzt geht es langsam aus. Danke Markus, dass du mitgemacht hast. Leute, ernsthaft, ich mache es ganz schnell leichter, weil das ist wichtig, wenn ich sage, bleibt gesund, sage ich ja immer. Und wenn ihr gläubig seid, das passt ja jetzt ganz gut rein, ein hoffnungsvolles Gebet hat noch keinem geschadet, dass wir hier alle wirklich unbeschadet wieder rauskommen. Und ich persönlich habe einen tiefen Glauben in meinem Herzen, woran auch immer, das muss ich ja nicht sagen. Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass wir das alles ganz unbeschadet überstehen werden, die meisten von uns. Und dass alles gut wird, weil es wird alles gut, Leute. Glaubt es mir nur. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.